Afrika, der Erdteil der Langen Hälse, Zebrastreifen und der Touristen. Mit Dom DeLuise und Jimmy Walker. Heimlicher Verkennung. Diese beiden Chaoten lassen den Urwald beben. Das ist hier ganz anders als in Disneyland. Oh ja. Im Urwald ist die Hölle los, weil diese Jungs zum ersten Mal ohne ihre Muttis unterwegs sind. Um Land und Leute kennenzulernen. Dieser Wilde ist tatsächlich Zahnarzt. Der nimmt sogar keinen Zahnarzt, hat er gesagt. Oh, ich verlange eine Vollnarkose. Und Guste. Sie machen eine überraschende Entdeckung. Der Affe versteht hundertprozentig genau, was wir sagen. Na, ich habe wieder in den Affen. Das ist ein sehr ausgeschlagenes Tier. Halt, nein! Hörst du wohl aufhören! So wird aus ihrem Abenteuerurlaub... Gnädigste. Ein Glas Champagner. Zwei Fläschchen was? Oh, Champagner! Eine unerwartete Hochzeitsreise. Wer einen Affen hat, muss nicht unbedingt betrunken sein. Gleich. Ist das reiche Luder? Nein! Dom de Louise, Jimmy Walker, David Mendenhall, Herbert Lom und Bonzo. Bonzo? Ja, das wird euer neuer Familienname. Auch das noch, Mann. Im Urwald ist die Hölle los, dass es nur so raschelt. Du wirst mir so fehlen. Das meint er übrigens ernst. Schreib mein Paket oder ruf mal an.